Developer Experience – die Software-Development-Plattform der DB Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Henry. Ich bin Entwickler bei der DB Systel. Mein Einstieg in die dortige Softwareentwicklung und die Nutzung der vorhandenen Werkzeuge haben mir gezeigt, wie zukunftsorientiert dort gearbeitet wird. Wir nutzen DevX. DevX steht für Developer Experience. Das ist die Plattform für die Softwareentwicklung der DB. Und davon will ich euch erzählen. Kommt mit! Hier seht ihr mein Team. Stellt euch vor, wir sollten eine Anwendung entwickeln, die die Pünktlichkeit der Züge unterstützt. Jeden Tag kamen neue Anforderungen auf uns zu, die alle mit eingebunden werden mussten. Wie zum Beispiel Konzernrichtlinien hier, Betreibervorgaben da, Anforderungen XY und alles sollte skalierbar und am besten morgen fertig sein. Ja, es hätte sein können, dass wir wegen der ganzen Vorgaben und Anforderungen nicht schnell vorankommen. Zum Glück war es dank der Services der Software-Development-Plattform nicht so anstrengend, eine Pipeline aufzubauen, das Code-Deployment durchzuführen und die Anwendung zu entwickeln. In der Umsetzung bemerkte ich, dass ich die Cloud einfach und schnell nutzen kann. Die Integration in das vorgegebene DB-Netzwerk stellte keine Herausforderung dar. Genauso wenig wie die Integration des notwendigen User-Managements und die Beachtung der Compliance-Vorgaben. Nach einer Woche war die Anwendung fast fertig. Super, oder? Mit all diesen verwendeten Werkzeugen waren wir wirklich schnell fertig. Begeistert tauschte ich mich mit anderen KollegInnen der DB auf einem der regelmäßig stattfindenden Community-Events aus. Hier treffen sich EntwicklerInnen aus allen Geschäftsbereichen der DB, um ihr Wissen zu teilen und sich gegenseitig zu unterstützen. Mein Team berichtete dort von der Software-Development-Plattform DevEx. Nach wie vor sind mein Team und ich begeisterte NutzerInnen der Plattform. Damit entwickeln wir alle unsere Projekte. Von der Konzeption bis zum produktiven Einsatz. Wir haben einen höheren Grad an Automation und Integration. Die Plattform erfüllt im Hintergrund die Arbeit und ermöglicht es, uns auf das Wesentliche zu fokussieren. Die Entwicklung unserer Anwendungen. Noch schöner finde ich, dass die Plattform offen ist. Da die Services und Komponenten als Innocence verfügbar sind, kann ich diese beliebig erweitern. Alle NutzerInnen der Plattform profitieren von der Schwarmintelligenz, die dahinter steckt, und tragen auch selbst dazu bei. Tja, was könnten wir uns als EntwicklerInnen sonst noch wünschen? Die Plattform zählt zu den konzernweiten Entwicklungsplattformen der Deutschen Bahn. Alle konzernweiten Entwicklungsplattformen sind unter dem Namen BuildIT zusammengefasst. Die Vision der BuildIT-Plattformen ist, dass sich Anwendungen, die die Digitalisierung der DB weiter voranbringen, zukünftig wie ein Baukastensystem zusammenfügen lassen. Seien Sie dabei! Weitere Informationen und AnsprechpartnerInnen sind hier zu finden.